Die Moderation beginnt in 1, 2 und 3. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Zerstörter Minuten, das Format, das aus Müll, Sina zu vergessen, noch mehr Müll macht. Wir haben Sina jetzt am Tag 3 am Start, die haben wir nochmal überdachtet. Man sieht es auch draußen, idyllisch natürlich. Wir drehen auch den Bahamas. Wir haben hier Air Max 90, Link ist in der Beschreibung. Und ein Tyka Kopfhörerständer, der Link ist auch in der Beschreibung. Und als Regel gilt, wenn irgendwas davon abgebrochen ist, dann ist es kaputt. Und ihr müsst wieder mitraten, wie lange Sina im dritten Anlauf braucht, um das Ding zu zerstören, aber ich glaube, sieh schnell die Sau. Und auf Los, Sina. Geht's los? Ich muss noch was sagen. Ach ja, Werbung? Ja, nein. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn wir euch nicht hätten. Die Spaß beim Zuschauen. Denn wenn wir euch nicht hätten. Ja, dann hätten wir Arschkarte gezogen. Okay. Sina ist immer die Freundlichkeit in Person. Ich ja nicht. Ich tue es so. Ich weiß. Es war ein Studierender, wir haben es gerade üben geübt. So. Nein, haben wir nicht. Auf Los, Sina geht's los. Und los und pass auf dich auf. Okay. Hallo. War das alles? Wie sieht der denn aus? Das waren auch die Regeln, ne? Ja, das hast du irgendwie gut hingekriegt. Das ist ja ein bisschen Modell, ne? Ja, kannst du. Dass ich mal in die Schule ein bisschen in die Krose bringen darf. Richtig, der Link ist in der Beschreibung. Ganz unten, da müsst ihr einmal dran klicken. Taugt nix dem Kram. Korb auch diesen Headset-Ständer nicht. Ja, das war tatsächlich wieder sehr schnell. Das ist auch nur wo und die Folgen werden immer größer. Hat Sina sehr gut gemacht. Ich hoffe mal, ihr habt richtig mitgeraten. Sina, vielen Dank. Gerne doch. Kannst du mir nochmal sagen, was in der Beschreibung steht? Rock on and Namaste. Und die Links zu den einzelnen Produkten. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Sina, möchtest du das letzte Wort mal wieder haben? Mal wieder. Jetzt will ich nur reden. Ich bin auch derjenige, der nur redet. Sina, ich kriege die Nachrichten. Ich wollte sagen. Kannst du auch mal... Ja, mach ich. Möchtest du was sagen? Bis dann. Habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Wir lieben euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schlaf gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020